Ich geh jetzt rasend auf die 35 zu. Normalt sagt ja ne Mami immer, du warst das schönste Baby der Welt, oder? Kommen wir zurück zu meiner Ex. Dann habt ihr Pflanzen mitgedracht. Ihr Männer kennen das nicht. Pflanzen, Blumen. Wisst ihr das hier? Mit den Blättern. Ich komm wirklich aus der Schweiz. Ich komm wirklich aus der Schweiz. Jetzt fragen sie viele, wieso versteh ich den? Julia, guck zu. Oh, guck mal, ist ein Schmetterling geworden, schau mal. Und dann haben wir uns... Der meistgenannteste Vorname in der Welt ist Mohamed. Da wird's im Saal immer ein bisschen ruhiger. Der meistgenannteste Nachname der Welt ist Wong. W-O-N-G. Und wisst ihr welchen kompletten Namen es auf der ganzen Welt nicht gibt? Mohamed Wong. Oder könnt ihr das noch? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich hab's extra gekauft. Das gibt's wieder. Es gibt ein Déjà-vu. Leckmuschel. Könnt ihr noch Leckmuschel? Damit haben wir früher geübt. Nehmen wir jetzt Mario Barth. Der hat eine Idee. Sex in der Besenkammer. Gut, könnt ihr Boris Becker anrufen. Aber klappt mir da. Keiner gelacht. Gut, schwarzen Tee kenn ich noch. Aber darf man der heutige Zeit noch schwarzen Tee sagen? Muss das nicht farbiger Tee heißen? Hast du die Musik da? Die ich dir... Du bist so ein Arzt, ehrlich gesagt. Nicht flippenbar! Kannst du dich machen? Gut. Einen Ball! Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020